Cheerio, meine lieben Jigolos. Willkommen zurück zu Super Seducer. So, wir haben ja jetzt, ähm, das heißt mal, die Strafra wunderbar gemacht. Also, gehen wir jetzt zum Club und der Tanzfläche. Wie viel gibt's denn eigentlich davon? Warte mal. Ach du Sch... Ach du Schande. Ja, dann haben wir auch eine Menge Spaß, ne? So, dann fangen wir mal an. Die ist die hübscheste im Club, aber sie ist auf der Tanzfläche und die Musik ist laut. Du kannst nicht gut tanzen, aber vielleicht kannst du sie mit deinen Verführungsfünsten erobern. Sie mit nach Hause. Gut, okay. Will dem sie mit nach Hause. Will dem sie mit nach Hause. Yeah, yeah. Oh yeah. Yeah, oh yeah. Irgendwie ist mein Mikrofon so weit unten. Mein Mikrofon hat so einen kleinen Hänger gerade. Ich muss nochmal rutschen. So. Jetzt ist es besser. Oh yeah. Also, ganz ehrlich, da fand ich gerade die hinter ihr wesentlich ansprechen. Allein schon wegen ihrer Kleidung. Aber ich sag ja nichts. Ist das nicht Anja dahinter? Ist das nicht Anja da vorne? Also, hier war das nicht Anja? Beginne ein... Was ist das? Ja, wir haben uns zu der Frage, wie soll ich die Schleister besorgen? So, jetzt remsen sie mit der Hüfte an. Twerk an. Glauben wir aber, indem du ihre Aufmerksamkeit auf dir denkst. Okay? Twerkangriff. Da, das ist Anja. Das ist eine von meinem Freund Alex's Moves. Er macht es, wenn er sehr, sehr drunter ist. Und es funktioniert nicht so gut. Es hat geklappt. Okay, wir müssen daran denken, unser Ziel ist es, diese junge Frau mit nach Hause zu nehmen, um ihr unsere Briefmarkensammlung zu zeigen. Deswegen sollen wir sie nach Hause nehmen. So, stell dich schnell vor und tanz weiter. Frag sie, mit wem sie hier ist. Frag sie, ob sie etwas trinken möchte. Ich mach mal das. Wir sollen ja eigentlich ganz cool wirken. Also, mach ich das mal. War ganz gut eigentlich. Ja, ja, ja. Er hat ja gerade gesagt, wir wollen ja tanzen. Na, es ist unser Ziel. Wir wollen ja tanzen. Wir wollen ja tanzen. Wir haben ja auch Tanzfläche. Aha, aha. Schlaf wohl, dass du ein Trink holst, versuche sie zu küssen, frag sie, ob sie sich hinsetzen will, weil das Tanzen in den Stöcke schon so müde gemacht haben. Komm, komm, wir sind voll die Machos, wir sind voll die Machos. Scheide. Ja, entschuldige. Ja, entschuldige. Nun machen wir das hier. Ehrlich? Ja. 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 Ja, ich bin voll die. Ja, sehr gut. Aber du siehst sober. Das ist verrückt. Warum bist du in der Club und du siehst sober? Ich kann nicht tanzen, wenn ich zu viel trink. Okay, aber wir haben jetzt angefangen, also... Ja, jetzt ist es okay. Nein, ich bin nicht standard. Und ich glaube, ich habe dich gesehen, ich habe dich auf der Tänzfläche gesehen, aber ich glaube, ich habe dich in der Schmutzung. War das du? Ja, wahrscheinlich. Oh. Oh. Du magst nicht zu spät. Ich bin nicht zu spät. Aber das ist okay. Es ist cool, dass du spät. Ich meine, ich habe viele Freunde und Adekste und Dolphins, die spät. Aber, du weißt, ich mache das nicht. Aber ich meine, vielleicht könnte ich es versuchen. Wanda, ich mag es. Du musst nicht versuchen, aber... Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, wenn du... Wir sind wahrscheinlich nicht hier. Aber wenn du eine Cigarette gehst, ich komme mit dir draußen. Also, sag mal, wenn du sie möchtest. Okay. Danke. Das ist toll. Man kann sich auch... Egal. Ist das wirklich was du machen? Wenn es ist, okay. Aber wenn es nicht, dann nicht leid. Leute, die sagen einfach,, ich meine Leute. oder sagen, das ist okay. Nein, es ist nicht der strongest Leute. Es ist nicht der 제일 attraktive Leute. Also, nicht dafür zu tun. Okay? Und wenn du es smoked. Aber habe du noch andere Schreckens habe? Ich glaube, es ist der einzige Schreckensmer. Ich kann manchmal een Schreckensmer sein. Wenn es ein Schreckensmer. Ich kü económische Farbe. Ich w 80 anni nicht. Ein Spatzger geschmehrer? Nein. Nicht. Nein. Oh mein Gott. Kleptomanie. Wie kommt die denn auf Nekrophil? Ehrliche Antwort. Sag, dass du den Leuten gern Schmerzen zu... Fuck. Ich muss das nehmen, sorry. Siehst du die Ungewohnheit? Siehst du das? 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 Es ist eine sehr gute Kraft. Ich habe keine Situation. Und es ist wirklich ein B****-Move. Ich habe noch nicht versucht, sehr hartes Drugs, aber ein paar Drugs. Und ich weiß nicht, dass ich manchmal sehr hart bin mit Menschen bin. Ein bisschen impatient. Okay. Ich bin sicher, dass ich ein paar Schmerzen habe, aber nichts super Schmerzen. Und definitiv nichts wie ein Habit, das wirklich annoibt. Okay. Das ist gut. Vielen Dank. In diesem Fall, du willst etwas Honestes und manchmal Honestes sein können, aber es hat eine interessante Effekt auf ihre Attraktion-Level. Okay. So, sagst mir, hast du einen guten Habit, die Helfer-Stuffe, die du machst? Ja. Ich dance viel. Ich liebe es zu gehen. Ich nehme meine Kinder und wir gehen in den Mountainen ein bisschen. Oh, ja. Das ist toll. Und ich sehe, Yoga? Ich habe einen Traum von Eberest oder Kilimanjaro oder so. Nein, es ist zu kalt. Es ist zu kalt, ich liebe es warm zu sein. Ich habe ein paar Freunde, die Kilimanjaro sind und sie sind normaler Leute. Sie haben in der Früh und sie sind am Sonntag oder am Sonntag. Sie hatten Hilfe? Ja, natürlich, sie haben alles mitgebracht. Ich denke, es ist einfach einfach. Nein, du würdest das machen. Ich denke, ich würde. Aber wenn du mich da machst, ich weiß. Du gehst, was machst du noch? Ähm, viele Sportarten. Ich habe gerade versucht, zu klammern. Manchmal spiele ich Sport, ich spiele Tennis. Aber ich denke, ich gehe jetzt ein paar Mal zum Gym und das ist es. Du gehst zum Gym? Echt? Diese Frage. Du gehst ins Fitness und wirklich? Saki, dass sie auch nicht aussieht, als ob sie ins Fitnessstudio geht. Saki, dass du eh schon zu viel Aufmerksamung bekommst. Zu viel. Frag sie, was sie damit meint. Du gehst ständig ins Fitnessstudio. Du fragst sie, was du tun könntest, um männlich auszusehen. Ähm, ich mach B. Ich konfrontiere sie. Gibt es sicher? Ja, natürlich. Worüber sprachst du? Ich habe... Ich meine, ich habe einfach nicht all diese stupide Proteinshakes und was. Ich bin da immer alle Zeit. Und ich bin eigentlich ziemlich... Du flex? Siehst du knackig? Oder Siehst du nur zu touchieren? Oh mein. Okay, jetzt ein Touch und später sehen wir. Okay, vielleicht gehst du. Natürlich gehst du. Ein bisschen. Ohohohoho. Hm. You're getting defensive, aren't you? So... Yeah. Not the best thing. Not the quality that a guy wants to show, is it? I'm trying to guess. I mean, when I look at you, I think you're kind of... I don't know. Something to do with music. I don't know why I think that. But what did you study at university? I actually studied dance. Dance? You studied? I did. Yeah. I didn't know they had that. I know they have ballet schools and stuff, but you can study... There's music at the university, too. It's an art school. But yes, dance, ballet, jazz, hip-hop. Yeah, cool. A lot of things. A lot of things. Yes, exactly. Exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you a dancer or something? I actually own a dance studio. Okay. That's... I knew that there are music schools and stuff. But dance? Okay. Hopefully I'm interested in the stripper. Where do I make compliments? I ask for more information to get. Uh... Let's take that one. You know what? I really like that because it's something entrepreneurial and it's something where you're really doing something you're passionate about, right? Yeah, it's wonderful. No, big respect for that. Plus, you know, it's a big risk and not to be... I don't think it's sexist. I think it's the fact that women don't normally take those risks, like to open their own business and stuff. So it's very, very cool. Thank you. Yeah, it's been wonderful. I love doing it. And tell me, who do you teach? Children. Yeah? Children. Yeah. Yeah, I love kids. Like ballet for little girls and all that stuff. Ballet for little girls. Like five. It's so cute, actually. Yeah, yeah. Five to ten. And they actually love it as well. Yeah. We have a dance at the end of every class, every school period, like every six months. We have a dance recital. Very cool. Thank you. You have some videos on YouTube of it. Me too. Yeah, show me later. Okay. This is undoubtedly a cool thing about her. So you definitely need to connect on it and compliment it. Because she's going to have a lot to say, a lot of emotions in there. And you want to be positive. Good. I just noticed you've got some tattoos. May I? Yeah. Yeah. Oh, come. Come. So what's written there? I like to get fucked by a bunch of guys in all of my- No. Okay. No. No. That's not even funny. I don't know if you're trying to be funny, but it's not. What's wrong? You don't like having sex with loads of men? Or what? What about just me? Do you want to tattoo my name? I'm unbelievable. I'll tell you what. After we do this thing, you're going to do. You're going to tattoo my name. No. And you need to go. You need to go now. On your, I don't know, somewhere very visible. Seriously. Fuck you. Go. Go. Come on, you've got tattoos. You know what that means. That means nothing. That means nothing. No. Fuck you. Go. All right. Keep it down. All right. Catch you later. Maybe have some drinks and I'll catch you later when you're chilled out. Oh, man sieht aber wie verletzt sie ist. That was I'm called for, man. Very rude. You should be ashamed of yourself. No. Ich musste das einfach ausprobieren, weil das da schon steht. Ich schäme mich nicht. Ich bin YouTuber. Die haben keine Schamgrenze. So. Ähm. Ja. Es geht ja nur die hier, ne? Ja. Das ist interessant. Du hast hier coordinates. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das speziell da? Es ist. Ich bin in Iceland. Oh. Und das sind die coordinates für mein Lieblingswaterfall. Von der trip. Oh. Wie der schönste Ort oder so? Ja. Und die mountainränge ist Asia. Das war die erste mountainränge, die wir durchgebracht haben. Also sehr speziell. Also die Idee ist, dass du einen tollen Zeitpunkt gehabt hast und du siehst. Ja. Es war mein Leben. Also ich wollte es für immer. Schön. Ich verstehe. Cool. Ich dachte, was ist das? Aber es macht perfekt. Ja. Es ist frisch. Cool. Warum nicht? Ne? Wenn jemand einen interessiert in Tattoo, da ist es oft eine Geschichte hinter dem. Sie werden die Geschichte verwendet. Sie werden die Geschichte verwendet. Aber dann, wenn sie das richtig machen, wird es trotzdem machen sie gut und haben eine gute Zeit. Ja. So, ich denke, das ist wahrscheinlich genug für mich. Oh. Was ist es das du? Es ist irgendwie strange, right? Ich bin nicht ein Accountant oder was. Ich mache Videos für YouTube. Ich kann sagen, ich bin ein YouTube Professionals. Ja. Welche Art von Videos? Was meinst du? Es gibt verschiedene Videos, wie in verschiedenen Bereichen. Es gibt verschiedene Tipps über die Gesundheit und andere Dinge. Und dann mache ich Geld mit der Advertisung. Und du weißt, wenn es die wunderschöne Ads gibt. Ja. Das ist das, wie du Geld machst. Die Ads. Interessant. Ich habe gemerkt, dass du sehr gut gegründet bist. Oh, danke. Ich hoffe, dass es nicht bedeutet, dass du mit Männern bist. Ich bin doch schwul. Toll. Ich hatte schon viele Freundinnen. Du bist also homophob? Das ist gar nicht cool. Nein. Ich bin hetero. Reagiere sauer auf ihr, um ihr zu zeigen, dass das uncool ist und du dich angegriffen fühlst. Sag ja. Du hast mich eben in den Stock schwul. Wer hat sie befre... Wer hat sie befre... Wer hat sie befre... Was? Es ist lustig, das soll ich sagen. Ich habe irgendeine Schwung. Ich kann einfach sehen. Ich kann es nur sehen. Ich bin touchent, aber es ist nicht. Ich bin gay. Ja. 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 Es ist cool. Es ist cool. Ich bin sehr gay. Das ist das, was es nicht chemisch. Nein. Okay. Was? 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 Was it when you date guys or meet guys? I assume you do sometimes? Is it usually in clubs? Because for me it's definitely not No, I try not to But it's not the best, right? No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone Yeah, well most people going to clubs they're just looking for something that's not serious, right? That's the general thing Or to have fun with their friends only Yeah, so I try not to But you know what, the good thing we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk Wir haben es geschafft, dass wir diesen Platz für eine Konversation finden können, also wir sollten es nicht kategorieren als die übliche Klub-Klub, oder? Ja, das ist gut. Du hast nur ein bisschen hier. Ja, schön. Nice hair, by the way. Thank you. Cute little ears. Hidden away. Thank you. Exactly, so what have you got here? You've got playfulness and a little bit of sexuality, which is the perfect way to escalate things physically. Okay. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university, but it's just because I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was kind of bullied and kids called me ugly and stuff. Really? Yeah, I have no pictures from that time. I hated how I looked and everyone called me ugly, so it was just unhappy. But it's okay, I'm right now, but... You're very handsome now. Oh, oh, oh. Hihihi. Netteres, sag mal etwas, das ich noch nicht weiß. Oh nein, bin ich nicht. Du bist aber echt hübsch, die beste Frau, die ich je gesehen hab. Wir wollen es ja eskalieren lassen, komm. Well, thanks, but to be honest, you know, you haven't been the best of me. Really? When you do... Let's leave it as a surprise, but... You know... No, I don't think it's going to be a surprise. Why not? You saw... You spied on me in the shower. That was you outside my window. Don't need to spied to tell us. What are you talking about? It's massive. Look, feel it. Come on, get your hands on this. What's going on? Where are you going? Don't leave me here with this massive hard on. It's just not polite, is it? Du hast gedacht, ich soll eskalieren lassen. Danke, du hast schöne Augen. Sag mal, was du noch nicht weißt, net. Oh, thank you, and I was going to say, you have really beautiful eyes. Thank you. You must hear that a lot, but it's true. Yeah, maybe, but thank you. That's nice. Not good, because she actually made the first move. She's given you a compliment. That's brilliant. You want to keep that dynamic going as long as possible. But you just say thank you, and you stay polite, and she just keeps saying nice things about you, hoping that she's going to get your approval back. It makes her think about you when you're not together. It makes her work harder for you, show off, do all kinds of things. So you want to keep that dynamic. Okay. Ja, tut mir leid. Let's have a drink. Cheers, by the way. Cheers. Nice to meet you. Scholz. I know we haven't been talking for long, but to me it's going pretty well so far. So I'm happy I came and talked to you. Me too. You're not hungry by any chance? I mean I could be. Yeah, what food do you like? Mm. I usually like pretty healthy foods, but I also really like to eat. Ich liebe hamburgers. Oh, was? How does that work? So you're usually healthy and then just like once in a while just... Like the guilty pleasure food, you know? Cheat day. Yeah, I get that. I'm quite healthy as well. Are you? All the time. Do you like burgers? Nah, I think my guilty food would be pizza, pasta, ice cream, chocolate. Not all at once. But you're healthy. Something like that. But yeah, 99% healthy. Okay. Surprisingly, that's the correct choice because a lot of guys go to clubs, meet girls, get off with them and then the girls see it as a bit of fun and they don't respond to the messages. So if you actually want to see a girl again, you do want to slow things down, chill for a bit and get that real connection that can go along with the sexual stuff that you can always bring back at any time. It shows a lot of confidence and control as well. Okay. Good. Good. Third time. a tab. That's cool, you already going to stop 끼 towards ks currency wyp induces everpress until Talk about it and ask them to keep a toll, in my opinion, that you want to keep a toll like space sharing that you make the tip inspired in your place called I need to know about the place, to be a bit recognized and the beautiful piece Step on that you go to the after party and take your friend and can buy them to your partner and they can help you wash it out of the way. I'll do it. That's yeah, really good. You know what, I'm really hungry, so what do you say we get out of here and go eat something, I've got some wine. Maybe not come to you tonight but I'll give you my number I'll see you again. Ach nee Kann ich das normal machen? Aber, hä? War das hier nicht, dass wir sie nach Hause? Hä? Wie lange haben wir denn jetzt? 22 Minuten? Ich will das normal spielen. Ich überspringe das mal gerade. Ähm... Reiben sie mit der Hüfte an. Das hatten wir ja. Ach, Mist. Moment, können wir die nochmal mal? Zurück zum Hauptmenü. Das Ziel war doch, dass wir sie nach Hause nehmen. Warum? Hä? Ich kapiere den Sinn da gerade nicht hinter. Abspielen. Also, sorry, wenn ich das jetzt nochmal mache, aber ich bin jetzt mit... Aha. Ne? Beginne non-verbal. In a noisy environment, you don't want to be too conversational. So, starting by catching your attention non-verbally is the right choice. Okay, gut. Die Musik gefällt mir schon besser als diese ganze Zeit, diese... Dingsmusik, diese... Menümusik. Hm, wenn du hier bist, beginnst, dann tanzst du, stell dich vor und tanze weiter. Das war ja auch ganz gut, ne? So. Das ist es. Mhm. Tanze näher bei ihr, das war ja auch das Gute. Wenn du dir... ... mit deinen Damen stark vor, dass du trinken holen, versuchst sie zu küssen. Ja. Danke. So, jetzt haben wir das hier. Ja, wenn du sagst, das ist kein Problem, auch wenn du nicht draus, sagst, dass du für härtere Drogen schädst. Da. Wir wollen ja. Okay. Okay. Okay, gut. Haben wir jetzt auch mal ein bisschen mehr gelernt. Was jetzt? Ehrliche Antwort. Das war ja das Richtige gewesen. Excellent. Ja, 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 ja. So, tell me, do you have any... Äh. Der hat uns ja auch rausgefahren, ne? Schau, ich werde mich direkt mit dir. Ja, das hier war ja das, ne? Weil sie war ja so stolz da drauf. Ja, ja, ja. So. Mhm. Bitte schön. Yeah. Das war ja das Gute, ne? Du hast für Eskalation Sorgen. Sie spricht, das war ja dieses Ohren, war ja das Richtige. Ja, komm. Das war ja anscheinend das Richtige gewesen, ne? Ja, genau. So, ich habe eigentlich nicht gefragt. Mhm. Äh, nein, dass du das sagst. Du hast schöne Augen. Sie macht dir ein Kompliment. Da hat er ja vorhin gesagt, wir sollen darauf aufbauen. Äh. Nein, das war ja auch richtig. Schiff, 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 schiff. War das Richtige? Ja, das stimmt. Man will ja dann ja meistens sowas ein bisschen... Ich nehme das Spiel tatsächlich ernst, muss ich sagen. Also die witzigen Wand von uns sind ja gut, aber es ist auch echt interessant. Ich könnte mich schlagen dafür. Ob man abhauen und zu dir geht. Fragst du, ob du schon mal einen Abstand kam? Fragst du, ob du mit jemandem zusammen bist? Wir machen auch unverfänglich weiter. Das soll ja unverfänglich weiter, ne? Ja, 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 ja. Der Dirk kommt stark vor, dass jemand irgendwas aus Essen geht. Dann kannst du... Ja, machen wir das mal. Ich weiß nicht, was du an diesem Ort denkst, aber die Musik ist irgendwie... Ja, das ist nicht so gut. Und die Drinke ist nicht so gut. Aber ich weiß, dass es wirklich gute Musik ist und gute Drinke ist. Okay. Ja, warum geht's? Let's go. Und sie kommt direkt mit. Ausgezeichnet. Warum ich gerade nachher ist... Ich hab gerade einen Erfolg bekommen. Eine Party in meiner Hose. Oh yeah, wir haben sie mit der Hose genommen. Okay. Also, ich hab keine Ahnung. Aber das Erste, dieses eine, wo wir gesagt haben, so ey, wir müssen was zu essen gehen und so weiter. Aber sie sagt ja mit der Nummer, war das, um vielleicht ein bisschen was zukünftiger zu gestalten. Und das eben war für, ey, komm mit mir zu Hause. Wir machen ein bisschen... Bäh. So, Leute. Das war's für heute, würde ich mal sagen. Wenn du bei mir ein paar bewerten könntet, denkt auch an den roten Knopf der Casanovas unter diesem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.